Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video das Observer-Pattern angeschaut und werden jetzt auf das Model-View-View-Model-Design-Pattern kommen, das eben im User-Interface-Bereich sehr stark eingesetzt wird bei XAML-Applikationen, so wie wir es eben gesehen haben. Und wir haben ja schon festgestellt, dass eben XAML-Applikationen unter anderem eben WPR-Applikationen, Windows-Store-Apps, Windows-Phone-Apps oder sowas sein können. Und auch dazu schauen wir uns eben nochmal ein Beispiel an. Wie muss man sich jetzt MVVM vorstellen? Im Wesentlichen ist der Gedanke dahinter, dass wir eben eine Ansicht haben, oder auf Englisch eben View. Und diese ist eben hauptsächlich in XAML beschrieben. Also wir haben hier eben das übliche XAML, so wie wir es kennen, irgendwie hier so als XML-Struktur, das wir hier in dieser Ansicht haben und das beschreibt letztendlich das Aussehen. Wie sieht eine Ansicht aus? Und dann haben wir eben in dem sogenannten View-Model haben wir eigentlich die UI-Logik drin. Und die ist eben in C-Sharp einfach geschrieben. Und warum hat man diese Getrennung gemacht? Aus sehr, eigentlich aus zwei Gründen. Der Punkt ist eben, das hier ist für den Designer, das hier ist für den Programmierer oder Softwareentwickler. Der Designer soll sich eben darum kümmern, dass eine Ansicht schön aussieht, dass sie auf den Nutzer entspannt wirkt, dass der Nutzer sofort alle Sachen findet, die er in dieser Ansicht gerade eben ausführen möchte. Und es ist eben ganz allgemein gesagt das Look and Feel von einer Ansicht, definiertes Aussehen. So ein Designer, der arbeitet eben mit Tools wie beispielsweise Blend oder vielleicht benutzt er auch den Visual Studio Designer, den wir bis jetzt benutzt haben, aber wahrscheinlich eben eher andere Tools, mit denen er eben über eine GUI eine GUI erstellen kann, sozusagen. Also Photoshop oder InDesign-like. Ich glaube, diese beiden Programme können auch XAML exportieren, weil das, glaube ich, nicht das beste XAML ist, was es gibt. Anyway, wir als Programmierer, wir haben für Aussehen und so, also das ist A, gar nicht mal so einfach und B, haben wir als traditionelle Beitschubser damit eher Probleme, dass wir eben Ansichten, die gut aussehen und funktional sind für den Nutzer, dass wir die relativ leicht aufbauen. Was wir aber gut können, ist eben C-Sharp-Code schreiben und Logik implementieren und lose gekoppelte Systeme aufbauen, die flexibel sind und so weiter. Das ist unsere Aufgabe als Programmierer oder wenn es auch sein muss, richtig harte Algorithmen programmieren, damit unsere Applikationen schnell sind. Der Punkt ist eben, das View-Model macht der Software-Entwickler aussehen, macht der Designer eben auch mit anderen Tools teilweise. Und Punkt 2 ist, wir können hier Unit testen. Wir haben hier, wenn wir eine Ansicht erstellen, eben immer den Punkt, dass wir hier uns in die WPF-Vererbungshierarchie mit reinbegeben müssen, damit wir eben am WPF-Layout-Prozess teilnehmen können und beim Rendern und Eingabe-Events von Tastatur über Maus, Stylus und Touch und so weiter, was es da alles gibt. Das wird eben hier letztendlich alles mit angefasst. Wir haben ja die Vererbungshierarchie von WPF gesehen. Und wenn wir eben ein User-Control oder ein Window erstellen, dann fügen wir uns einfach in diese Vererbungshierarchie ein und dann sollte dieses Objekt eben auch auf einem UI-Thread erstellt werden. Das ist beim View-Model nicht der Fall. Dieses View-Model ist wirklich eine ganz normale Klasse, die sich zwar an ein paar Konventionen hält, aber ansonsten vollkommen unabhängig ist von diesen ganzen WPF-Sachen, die ich gerade aufgezählt habe und die eben für Testfälle dann logischerweise auch keinen UI-Thread braucht, damit dieses Control tatsächlich unter den Umständen funktioniert, in denen es letztendlich auch ausgeliefert wird. Und das ist eben ein super Faktor für Unit-Testing, weil dadurch werden die Tests viel schneller. Wir müssen nicht pro Test eben einen UI-Thread mit der Nachrichtenschleife und so weiter erstellen, der dann eben wirklich da ist und bloß, was weiß ich, eine Methode auf unserer Klasse aufzurufen, zu überprüfen, ob das Ganze passt, wie es ist und dann diesen UI-Thread wieder zu beenden. Das ist nicht so der Punkt, der wichtig ist. Und da wir das eben beim View-Model komplett weglassen können, ist diese Klasse deutlich besser geeignet für Unit-Testing als solche Views oder, also Windows oder User-Controls im Normalfall, die sich eben hier direkt auf den UI-Thread mit einreihen, wenn sie eben erstellt werden. Ja, und wie wird jetzt hier die Daten von View-Model und View verknüpft? Im Üblichen sind das eben hauptsächlich Properties. Das heißt, wenn unser View-Model eben eine Person darstellt, dann wäre hier sowas wie Vorname und Nachname und so weiter. Und, ja, das sehen wir dann eben noch weiter. Und dann haben wir eben hier entsprechende Controls, beispielsweise eben Textboxen, die jetzt sich einfach über WPF-Data-Binding hier an die entsprechenden Eigenschaften des View-Models haften. Also das hier ist alles Data-Binding, so weit wie möglich. Und hier oben haben wir eben der Punkt, wie kennt denn eigentlich unsere View das View-Model, wenn wir hier eine Abhängigkeit in diese Richtung haben. Das ist ganz einfach. Es gibt auf jedem Element, was vom Framework-Element ableitet, den WPF meines Erachtens, eine sogenannte Eigenschaft Data-Context. Und wenn wir hier sozusagen auf dem Window den Data-Context setzen, dann wird dieser Data-Context eben einfach an alle Elemente in diesem Baum, diesen Darstellungsbaum hier weiter nach unten vergeben. Man spricht hier tatsächlich von Weiter-Vererben, obwohl das mit Vererbung bei Klassen gar nichts zu tun hat. Das heißt einfach bloß, wenn das Window den Data-Context gesetzt hat, dann gibt das Window diesen an sein internes Grid weiter, dieser wiederum an die Textboxen und eben alle Kinder, die das hat, außer irgendein Kind definiert, selber einen Data-Context. Aber prinzipiell wird dieser Wert im Data-Context einfach weiter vergeben. Und genau das ist eben, wie jetzt das View-Model, das war eigentlich schon die richtige Richtung, beim Window gesetzt wird. Letztendlich wiederum über Dependency-Injection, genauer gesagt über Property-Injection in diesem Fall, weil einfach die Data-Context-Property von einem beliebigen Element hier mit dem View-Model gesetzt wird. Und mehr brauchen wir dazu auch nicht wissen. Ja, dann schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Wir haben hier ja ein Main-Window und ich mache jetzt tatsächlich einfach mal ein View-Model dazu. Und dieses View-Model hat jetzt einfach mal hier eine ganz einfache Eigenschaft, Name. Get und Set. Wir sehen hier, wir leiten nicht von irgendwelchen WPF-Klassen ab. Das ist wichtig. Und wir möchten jetzt eben einfach ein View-Model erstellen und das dann hier in unserem Main-Window anzeigen. Das heißt, ich mache hier mal eine Textbox rein. und diese Textbox, deren Text-Eigenschaft bindet sich jetzt einfach an Namen. Also ich gebe hier wirklich bloß den Namen der Eigenschaft an, den ich hier haben möchte. und ich setze jetzt mal direkt in XAML den Data-Kontext von diesem Fenster hier. Dazu müssen wir allerdings erst meinen eigenen Namespace einbinden. Das ist eben Object-Orient-Design, MVVM. Und hier kann ich mir dann einfach mal direkt in den Data-Kontext eben ein View-Model erstellen und setze hier den Namen direkt einfach mal auf. Wie nenne ich es denn? Jens. So, und das hat jetzt, glaube ich, nicht ganz funktioniert. Wie man das hier macht. So. Also auf jeden Fall haben wir jetzt hier eben diesen Textbox hier. Ich werde nochmal Vertical Alignment Center und Horizontal Alignment Center machen und Width eben 100, damit wir ein bisschen was sehen. Aber wir sehen hier jetzt tatsächlich schon, dass wir hier eben tatsächlich den Jens sehen. Warum? Weil wir eben hier ein View-Model-Objekt in den Data-Kontext gesetzt haben, des Windows. und wir binden uns tatsächlich jetzt einfach hier an Name. Und wenn wir hier eben kein Element oder keine Source bei einem Binding angeben, dann geht dieses Binding automatisch auf den Data-Kontext. Und genau das ist es eben, was wir hier wollen. Gut, und wir können dann natürlich auch noch einen Button hinzufügen. Den setzen wir jetzt einfach mal kurz drunter. Das sind das nicht Club des Sieils-Model-Objekt. Und jetzt kann aber das sind so Abu'sués Und auf jeden Fall erня liking mir, Und ja, das sind ein bisschen damit, dass wir hier eine authentic Ware, 've opened, Licht ja so bisa der try und die nur hinten die Bilderchen liegen. Deine die Kirchen haben CBD Amer die verfasen, wenn die Und hier sagen wir letztendlich eigentlich bloß Ändere Name So und was wir jetzt hier machen ist Ich erstelle tatsächlich mal ein Click Event Und hole mir eben hier Jetzt im ViewModel Füge ich jetzt noch eine Methode hinzu Die heißt eben Ändere Name Und hier sage ich eben Name ist gleich Hans Dann kann ich mir jetzt eben direkt aus dem Data Context jetzt mein ViewModel holen Das heißt ich sage einfach ViewModel vom Data Context Mache hier nochmal außenrum Klammern zu Und rufe dann tatsächlich Ändere Name hier einfach drauf auf Und eigentlich sollte das ja jetzt so gehen Und wir gucken jetzt mal an was hier tatsächlich passiert Ich setze hier einen Breakpoint rein Und führe mal die Applikation aus Wir haben hier eben tatsächlich Jens stehen Und ich rufe jetzt hier Ändere Namen auf Wir landen in dieser Methode Wenn ich jetzt F11 drücke Bin ich tatsächlich hier im ViewModel letztendlich angelangt Und setze jetzt den Namen auf Hans Und wir können hier eben auch genauer sehen Dass sich hier tatsächlich jetzt Hans drin befindet Und nicht mehr der Jens wie vorher So Jetzt ist natürlich die Frage Ist das hier auch angekommen? Leider nein Warum? Der Punkt ist Hier brauchen wir jetzt eigentlich wieder Das besagte Observer Pattern aus vorherigem Video Wir haben hier eben eine Textbox Und wir haben hier eben unser ViewModel Und wir haben hier eben die Texteigenschaft Und hier Namen Hier ist zwar ein Data Binding dazwischen Also insofern, dass wir jetzt eben hier Eigentlich eine bidirektionale Verbindung haben Hier haben wir jetzt natürlich ein Data Binding Aber Wie soll denn bitte das Binding reagieren Wenn ich hier den Namen setze? Der Punkt ist wiederum Wie beim Observer Pattern aus dem vorherigen Video auch schon beschrieben Wir brauchen hier einen Benachrichtigungsmechanismus Erst wenn unser ViewModel sozusagen sagt Hey, der Name hat sich geändert Dann kann sich auch die Textbox updaten Also wirklich ganz normal Wir haben wie im vorherigen Video erklärt Wenn sich eben beim Observable ein Wert ändert Dann muss er das mitteilen über einen allgemeinen Benachrichtigungsmechanismus So dass das Binding merkt Ah, okay Hier hat sich im ViewModel was geändert Und ich muss jetzt diesen Text hier links updaten Von der Textbox Und deswegen hat es auch hier jetzt noch nicht geklappt Aber wir schließen jetzt mal diese Applikation Und implementieren jetzt eben das Observable Pattern Das für BPF und die ganzen anderen XAML Sachen üblich ist Und das ist eben ein Notify Property Changed Heißt dieses Interface So und dieses Pattern ist so bekannt Dass es wirklich schon sehr viel Unterstützung dafür gibt Wir haben hier eben eine Methode Mit der ich Property Changed auslösen kann Wie sieht Property Changed eigentlich aus? Dieses Interface definiert bloß ein Event In dem eben mitgegeben wird Über diese Property Changed Event Arcs Welche Eigenschaft sich vom Source Objekt Also von unserem ViewModel Sich geändert hat Also hier müssen wir sozusagen Wenn wir den Namen ändern Den Namen angeben Damit wir das machen können Müssen wir eben hier eine Nicht automatisch implementierte Eigenschaft machen Sondern wir setzen jetzt hier den Wert Und sagen danach On Property Changed Und müssen hier jetzt eben den Namen unserer Eigenschaft angeben Man sieht hier jetzt aber schon Dass diese Angabe hier eigentlich nicht notwendig ist Warum? Das macht das CallerMemberName Attribut hier unten für uns automatisch Wir können diese Angabe Diese Strings hier weglassen Denn wenn dieses Attribut hier gesetzt ist Bei der Funktion die wir hier aufrufen Dann holt er sich automatisch den Namen der Eigenschaft Von dem wir hier diese On Property Changed Methode aufrufen Das ist ganz wichtig, dass man das einmal verstanden hat Also CallerMemberName sorgt dafür Dass wir diese Angabe hier weglassen können Und stattdessen sorgt der Compiler eben dafür Dass hier der Name dieser Eigenschaft hier Tatsächlich in Property Name mit übergeben wird Das heißt, ich kann das wiederum wegnehmen Und bin jetzt eben hier mit meinem ViewModel fertig Und wir können jetzt die Applikation nochmal ausführen Und ich gehe hier wiederum auf Ändere Namen Ich muss gucken, ja ich habe noch einen Breakpoint Wir landen jetzt wiederum hier Und wir weisen jetzt eben einen neuen Namen zu Na, jetzt bin ich leider gerade drüber gegangen Also nochmal zurück Und wir springen jetzt mal tatsächlich hier in diese Set Methode rein Wir setzen jetzt tatsächlich den Feldwert Und rufen On Property Changed auf Das heißt, wir sind jetzt hier Und der String Property Name ist eben Name Und geben jetzt über diesen Benachrichtigungsmechanismus Das an das Data Binding, wie gerade eben gezeigt, weiter Also hier wird dieser Event ausgelöst Wie wir sehen, wir landen, wenn wir hier weitergehen würden Eben in den Tiefen des WPF-Strainworks Wenn ein Binding eben aktualisiert wird Aber dieser Aufruf ist schon vorbei Und wir sehen jetzt hier eben tatsächlich Dass hier tatsächlich Hans drin steht Und nicht mehr Jens, so wie vorher Und warum? Das ist ganz einfach Wiederum eine Abwandlung des Observer Patterns In diesem Fall mit ein Notify Property Changed Das ist eben ein Interface, das in .NET Vor allem im UI-Bereich genutzt wird Um eben mitzuteilen Hey, bei einem Objekt hat sich ein Wert verändert Bitte löse doch mal Oder aktualisiere mal die entsprechenden Controls Die an diesen Wert gebunden sind Genau Das ist eins Auf eine Sache möchte ich noch eingehen Wir hatten hier natürlich auch den Punkt Dass wir hier Einen Event-Händler gemacht haben Und hier auf dem Data-Kontext zugegriffen haben Und hier eben Ändere Name dafür aufgerufen haben Ist vollkommen okay Interessant ist es aber Wenn man hier versucht Das wegzunehmen Damit in der Code-Behind-Datei Für ein Fenster oder einen User-Control Wirklich eigentlich bloß der Konstruktor drin ist Wo einmal Initialize-Component aufgerufen wird Mehr sollte man nicht machen Und der Punkt ist eben Dass man das über das sogenannte Command-Pattern Was wir auch schon uns angesehen haben Machen kann Wenn wir uns hier die vier Gewinn-Solutions Nochmal anschauen Die ich ja auch schon gezeigt habe Dann sehen wir eben hier Dass wir Hier tatsächlich Hier muss ich noch einmal das Projekt erstellen Aber wir haben hier unten eben auch Buttons In diesem Items-Control drin Und diese Buttons Die können sich eben an Commands binden Und wir sehen hier eben Dass diese Spielbrett-View Tatsächlich selber bloß den Konstruktor drin hat Und es gibt eben bestimmte Commands Das sind eben Spalten-Commands Wir haben hier das Spielbrett-View-Model Entschuldigung, ich bin der Spieler Wie ich bräuchte das Spielbrett-View-Model Hier sind wir richtig Hier gibt es eben wiederum diese Commands Und an die kann sich eben ein Button binden Auch wiederum über Data-Binding Also wenn ich das nochmal kurz skizziere Dann haben wir hier eben ein Button Und auf View-Model-Seite Haben wir eben ein Command Oder genauer gesagt ein I-Command-WPF Dieses Interface, was wir da nutzen Und dann können wir eben beim Button Bei der Command-Property sagen Bitte binde dich doch mal Andersrum An diese Eigenschaft des View-Models Das ist eben auch wieder über Data-Binding Also hier haben wir View-Model Und hier haben wir die View Und genau so können wir es eben hinbekommen Dass unsere Buttons, Methoden Auf dem View-Model aufrufen Ohne dass wir letztendlich hier in der View-Code-Behind-Datei Einen Event-Händler machen müssen Uns das View-Model holen Und dann die entsprechende Methode eben auf diesen aufrufen Wobei es ehrlich gesagt auch nicht schlimm wäre Es ist halt eben wichtig Dass in diesen Event-Händlers In der Code-Behind-Datei Eigentlich bloß Aufrufe ans View-Model weitergeleitet werden Dann hat man eben nicht bloß Datenbindung Zwischen View und View-Model Aber wichtig ist ganz einfach Dass das sehr kurzer Code ist Den vielleicht auch noch ein Designer hinbekommt Ohne weitere Schwierigkeiten Und die eigentliche UI-Logik steckt dann aber trotzdem Hier im View-Model drin Also diese View-Models sind dann wesentlich komplexer Als die, die wir eben schon kennen Wir können ja hier zum Beispiel Mal die Commands anschauen Wir hatten ja hier ein Spalte-Command Wir haben hier eben Dann diese CanExecute-Methode Das heißt ein Button Der deaktiviert sich ja Wenn eben eine Spalte voll ist Das wäre dann eben sowas, was hier mit drin ist Und im Prinzip sehen wir dann hier eben Dass die komplette Logik Wie sich eben dieser Button verhält Dann tatsächlich in diesem Command implementiert ist Also quasi auf View-Model-Seite Und nicht in der View selbst Und das sorgt eben dafür Dass jetzt tatsächlich eben ein Designer sagen kann Okay, ich habe hier jetzt eben Beispieldaten Das sieht man hier in Sample Data Das sind einfach zu den Interfaces für die View-Models Also man sieht hier eben Ich habe Interfaces für die einzelnen View-Models gebaut Und dann habe ich Beispieldaten Dazu einfach in hart gekoppelt Hier in solche Sample Data Classes mit reingebracht Also ich habe hier zum Beispiel jetzt mal Hier wiederum ein Spieler View-Model Da habe ich gesagt Der heißt halt Spieler A Und hat diese Farbe Und hier haben wir eben ein Spielbrett Dass eben die unteren beiden Hier sind wir Hoffentlich Nein, das war falsch Hier wollen wir hin Hier sieht man eben Dass wir ein Beispiel-View-Model machen können Wo wir eben wie gewohnt diese 6 auf 7 Plätze haben Und die untersten beiden Reihen Sind jetzt hier eben mal ganz einfach gefüllt Damit wir schon mal ein grobes Feeling beim Design in Visual Studio bekommen Wie sieht das denn letztendlich aus Wenn wir die Applikation laufen lassen Und so kann man natürlich auch Wenn wir uns mal das Main-Window anschauen Was man hier sieht Sind einfach bloß drei geschachtelte View-Models Ich muss mal Fit to All machen Was wir hier sehen Ist eben ein Spieler View-Model auf der linken Seite Ein Spieler View-Model auf der rechten Seite Und hier eben das Spielbrett View-Model in der Mitte Und wenn wir uns dieses Main-Window View-Model nochmal anschauen Dann sehen wir einfach auch Dass wir einfach diese View-Models kapseln können Und dann über Items-Controls oder Contents-Controls Beliebig darstellen können Über Data-Templates Und hier das Main-Window View-Model Ist tatsächlich bloß mit Spielezug Hier implementiert Und ansonsten ist die andere Logik Wie man eben einen Spielstein setzt Und so weiter Das ist Oder hier wie die Anzahl der Spielsteine für jeden Spieler eben aktualisiert wird Das ist in den einzelnen View-Models tatsächlich implementiert Wenn man das hier so weitermacht Und dann hat hier Spieler A eben gewonnen Ja Aber es ist dann eben durchaus üblich Dass man diese View-Models auch wiederum aufbricht Und dann über Komposition wieder zusammensetzt Und einzelne View-Models lösen dann sozusagen einzelne Teilprobleme Wie beispielsweise hier Ich habe ein Spiel-Model für einen Spieler Und der gibt eben einen Spieler zurück Und hat noch zusätzlich ein Boolean Ob er an der Reihe ist oder nicht Und genauso hier eben das Spielbrett View-Model Das hat eben hier Plätze Und diese Kommandos Also es kann auch durchaus sein Dass ein View-Model mal eins ausschließlich eben bloß Daten bereitstellt Es müssen nicht immer Methoden darauf sein Die Methoden sind eben üblicherweise in Commands implementiert Die dann eben beispielsweise beim Button-Druck aufgerufen werden Und so weiter Ja Und damit sind wir eigentlich mit dem View-Model-Pattern durch Es ist ein schwieriges Pattern Das sehe ich ein Also man muss ein bisschen üben Bis man das verinnerlicht hat Wie man das Ganze macht Ich habe jetzt natürlich einen wesentlichen Aspekt bei dieser Lösung noch nicht gezeigt Nämlich wie man Unit-Tests dann für diese View-Models schreiben kann Das macht man dann aber tatsächlich im Produktiv-Code Dass man, wenn man eben komplexere Ansichten hat Als die, die wir jetzt hier in diesem Spiel haben Da passiert ja jetzt nicht so viel Aber wenn wir eben komplexere Anwendungen haben Wo verschiedene Sachen upgedatet werden müssen Oder wo bestimmte Buttons im Menü beispielsweise ausgegraut werden müssen Weil wir uns gerade in einem bestimmten Kontext befinden Dann macht eben das schon sehr viel Sinn Dass man über Unit-Tests dann herangeht Und seine verschiedenen View-Models auf Korrektheit testet Also dieses Beispiel, was wir hier sehen Zeigt zwar ungefähr, wie man es mit MVVM macht Aber eine Komplexität, wie man es dann tatsächlich im Software-Arbeitsalltag hat Die ist hier ehrlich gesagt nicht gegeben Nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zuschauen Wenn Sie Fragen haben, natürlich mal gerne per E-Mail an mich Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder Bis bald!